So, wo lang jetzt? Wir müssen den Aufzug in den Gang bringen. Achso, ja, da ist die. Ich glaube, wir müssen dort lang. Dort. Ja, okay. Oh. Elektronik. Ich hole schon mal die erste Batterie. Ich kurble. Ich glaube, das bringt noch relativ wenig. Ich kurble. Ja, damit können wir die dann gleich aufladen. Oh nein. Ja, das war nix. Also die Kabel stehen schon richtig. Die sind schon verbunden. Ach ja, die Batterie hier. Hier, da oben rein musst du. Wie, was, wo? Da muss doch ne Batterie rein. Ja, die liegt oben im Haus. Ich hänge. Kannst du erst mal nix. Oh, ich bin im Keller. Ja. Hier gibt's Sachen. Im Keller. Mhm. Sind die was wert? Können wir die auf Ebay verkaufen? Ich denke nicht. Ich hol mal die schwere Batterie. Okay. Ich hab hier so ne Art Mixtur. Irgendwie so ein Zaubertrank. Mhm. Du analysierst das Level schon wieder, oder? Äh. Mehr oder weniger. Ja, also so viel kann ich sagen. Im Keller gibt's nix. Ein paar Flaschen gibt's dort. Moment, warte mal da unten. Äh, ich hänge hier. Dann zieh dich hoch. Ich versuch's. Hey, bitte. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Dann zieh ich dich hoch. Zieh. Mann, bist du schwer. Ja, oh Gott. Ja, es ist die Wiedkeit ein bisschen. Komm, zieh. Ich zieh schon. Ich springe. Das hilft dir, glaube ich, recht wenig. Nein. Oh Mann. Lass einfach los. Ich komm schon. Ich komm mal einfach nochmal. Lass einfach los. Let it go. Let it go. Okay, ich komm nochmal. Hier einmal um die Ecke. Und... Na gut, ich mach schon mal die Tür auf. Und... Und hopps. Ich hab die Batterie. Super, die hab ich dir da unten hingeworfen. Nee, die ist hier. Ja, ja, ich hab die vom Schrank oben runtergeworfen. Ich hab ne Batterie. So. Welche wollen wir zuerst? Vielleicht die, die ich hier grad habe. Falsch. Die muss genau andersrum. Die muss genau andersrum. Dann nehmen wir halt die hier. Das wird noch nix bringen. Und? Diese Kugel macht Spaß. Die Batterie... Und... Du musst mir sagen, wenn sie voll ist. Da ist sie jetzt drin. Okay. Ist voll. Jetzt schon? Ja. Also komplett? Komplett. Gut, dann pack die andere rein. Ich... Kugel weiter. Ich bemühe mich. Ich nehm sie wieder raus. So. Hier ablegen. Und die next. Ich glaub, die ist voll. Die zweite kommt rein. Äh... Ja. So. Fast. Komm schon. Ich tue mich ein bisschen schwer beim Batterien einlegen. Ja. Ja, das kenne ich. Fast. Wir brauchen Akkus. Das wird heute nix mehr. Ähm... Rein mit dir. Ja. Das war schon... Das war schon richtig. Ich geh mal koppeln. Mach du das mal. Mach das. Vielleicht kann ich das koppeln besser. Ist drin. Äh... Jakobel. Wie steht der Prozentanzahl? Ist es schon geladen? Ne. Ich glaub, wir drehen in die falsche Richtung. Okay, ich drehe mal in die andere Richtung. Ja, ich helfe mit. Ja, wir haben in die falsche Richtung gedrängt. Und? Fertig? Okay. Ja, ich nehm die neue. Äh, du nimmst die andere. Und dann packen wir die an die Seiten vom Aufzug. Okay. Würde ich mal sagen. Elektronik. Ja, ein Human 5. Das hatten wir auch mal. Das hatten wir auch das Neueste. Okay, ich bring offenbar auf einem Bein hin. Okay, nicht mehr. Aha. Okay. Ein Aufzug, der man nicht... Ein sehr falsches Strom, oh mein Gott. Ein Aufzug, der man nicht hier, sag schon, mechanisch, sondern mechanisch läuft, sondern mit Batterieantreibung. Okay, die erste ist drin. Die zweite auch fast. Ja, ist drin. Okay. Alles einsteigen. Ja, geht schon mal rauf. Vorsicht mit der Abfahrt des Fahrstuhls. Knopfdrück. Ja, Knopfdrücken ist auch noch nicht so meine Spezialität. So. Ich glaube, du brauchst noch eine neue Brille. Ich habe doch schon eine. Nein. Bin gefallen. Ich nicht. Ich bin oben. Ich auch. Soll ich den Fahrstuhl... Oh nein, doch nicht. Ich kann den Fahrstuhl zu dir runterbringen. Ich kann hier den Knopfdrücken. Nee, nee, ich... Ich habe schon einen Checkpoint. Aber es bringt nichts. Ich falle immer wieder. Der Fahrstuhl kommt gerade runter. Ja, ich falle gerade unendlich. Dann viel Spaß dabei. Ah. Okay, ich bin oben. Der Fahrstuhl ist unten. Okay, jetzt haben wir hier eine Weggabelung. Jetzt können wir hoch oder runter. Ich gehe mal runter, oder? Dann gehe ich mal. Ist das falsch? Das ist mal falsch. Nein, hier ist nur ein Ausguck. Ach, hier ist man... Hier kommt man an die Stelle, wo man mit der Hängebrücke hingekommen wäre. Das ist die andere Seite der Hängebrücke. Okay, ich komme zu dir. Ja, was steht denn da? Was steht da? Bitte nicht das Level beenden. Ich bin noch nicht da. Ach, das ist der Aufzug. Aha. Oder? Bist du wieder am Aufzug, oder was? Bist du wieder zurück am Aufzug? Ich bin an der Holzhalterung für den Aufzug. Ja! Ich bin ja an einer richtig fetten Villa. Da sind wir doch beide. Das ist doch das Villa-Level. Das große Villa-Level. Bisher war es noch nicht so sehr gruselig, aber... Ja. Wird es auch nicht mehr. Ist halt schon mal voll flat. Was erwartest du? Na, kommt ziemlich hoch. Vielen Dankeschön. Lass mich los. Nö. Kommst jetzt mit. Nee, ich bleib hier. Nein. Nix da. Ich geh nicht in das Spukhaus. Ich geh nicht in das Spukhaus. Ich will da nicht rein. Ich hab Angst. Na gut. Na gut. Ich geh doch rein. Okay, ich nehm das rote Kabel. Ähm. Dann nehm ich das gelbe. Okay, ich nehm das grüne Kabel. Das braune? Ja, genau. Das braune und das blaue Kabel hier. Hast du auch so eine rot-grün-Schwächer? Nein, ich hab drei. Alles klar. Betretenes Schweigen. Mhm. Betreten, ja. Schweigen. Bei mir eher weniger. Ja, komm. Ja, komm. Ich muss das noch. Ich muss das hier noch ein bisschen lernen. Glauben, das wird später noch sehr viel anstrengender. Ist ja nicht so, als ob das schon meine... ...ix-te-Map ist. Batterie läuft. Ähm. Ja, das Dach ist auf. Was ist auf? Also wir haben jetzt ein Magnet, der zieht das Gewicht und das macht das Dach hier drüben auf. Aha. Okay, und was mit dieser Tür hier? Äh, die öffnen wir gleich. Okay, ich hab's verkackt. Ich muss nochmal neu laufen. Super. Also ich kann sie noch nicht öffnen. Ne, ne, die ist von der anderen Seite verriegelt. Alles klar. Jetzt können wir hier aufs Fensterbrett hüpfen und... Okay, was jetzt... Äh... Einfach rausstürzen, oder? In die Seite. Ich hab's einfach mal gemacht. Die Kumpel ziehen, oder was? Äh... Was jetzt? Ich frage, kannst du den Magnet vielleicht noch besser positionieren, dass das Dach weiter aufgeht? Ich aber wohin? Unter das Gewicht. Und das Gewicht. Jetzt hab ich's gerade... Weg. Ja, das merke ich. Ich hänge hier. Ich versuch's. Tut sich was? Dazu müsste ich erstmal was tun. Ähm... Ich knie gerade auf dem Magnet, also... Lass dir ruhig... Sekündchen. Ja, ich hänge hier draußen. Na, einfach mal am Fenster. Ich bin noch kein Profi in dem... Oh, oh Gott. Oh, ja. Jetzt klebt das Ding am Magnet. Okay, es geht erst jetzt weiter auf und... Also ein Stück und zwei... Das Metalldings klebt jetzt am Magnet dran. Okay. Ja. Und zweitens bin ich gerade die Hübel weggeschleudert worden. Okay. Oh, ja. Das hab ich verkackt. Also musst du jetzt da dran, oder was? Hui. An der Kurde. Oder halt direkt drüber schwingen, wenn du schlappst. Hui. Ich versuch's. Und wie und es. Und wie und es. Hui. Das war wohl nix. Okay. Ich hab hier... Ein Dings. Ach so, ein Dings. Ja, ein Dings eben. Ja, das Ding, womit man... Diese... Sache machen kann. Ja. Ein hochwissenschaftliches... Experiment hier des Dings. Ich glaub, das sind die... Ich glaub, das ist diese Glocke, wo normale Häuser essen drunter steht. Aha. Ein Dings-O-Mat. Genau das. Ein wissenschaftlicher Dings-O-Mat. Ah, ich hab's. Hi. Sehr gut. Kann ich dir die Tür aufmachen? Mach mal die Tür auf. Okay. Öffnest die Türen. Öffnet das Tor. Hi. Die Tür ist noch nicht auf. Ja, die wird gleich aufgehen, wenn ich den Riegel hier... Der sehr schwer ist, von der Tür weggebracht hab. Mein Gott. Was ist denn mit dem Riegel los? Ich weiß nicht. Okay, jetzt müsst ihr aufgehen. Ja. Moin. Moin. Da wär' ich. So. Eine Etage höher. Hinauf. Hier oben haben wir ein Checkpoint. Check. Der Point. Okay, die Tür geht wahrscheinlich nicht auf. Au. Ich geh mal aufs Dach. Ich versuch, die Tür zu öffnen. Die geht auf. Mhm. Geht's auf? Wir brauchen Batterien. Nein, sie geht nicht auf. Nein, die geht nicht auf. Sie sah so aus, als würde sie aufgehen. Okay, dann komm mal hoch. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Da strömt es. Da strömt es Strom. Das ist ein bisschen funken, was dich spült. Oh, hier funkt es. Hm, und hier müssen weitere Batterien rein. Also diese Stromdinger da. Woher die nehmen? Äh, springen. Ah, okay. Ähm. Ich glaub, das ist nicht so die... Option. Vielleicht hier drauf. Nein. Was machst du, Modi? Was tust du mit mir? Ah. Herr Frank, ein Stein. Ja. Und mit dem Frank müssen wir machen, was man da mit dem macht. Der Frank. Ist der ein Franzose? Der Frank. Ah, und da ist das Ende des Levels. Ah, okay. Unter seinem dicken, grünen Arsch. Warte, 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 warte. Ich hab das blaue Kabel. Das muss hier rein. Ja. Das Runde muss ins Eckige. Äh, ich häng hier in Ecke fest. Hm. Ui, ja. Warte, ich geh auf Frankenstein klettern. Das brauchen wir noch nicht. Das Level ist noch nicht zu Ende. Hm. Juten Tag. Ich führ heute die Operation an Ihnen durch. Ich mach hier Doktor-Spielchen Skype hell. Ich lass euch zwei dann mal anheim. Okay. Wir brauchen noch ein rotes Kabel. Ich weiß. Ich bin im Aufzug. Ich nicht. Dann komm. Wo kriegen wir den... Wo kriegen wir das... ...rote Kabel her? Ich hab hier einen Schalter. Ich hab hier einen Schalter. Ja, dann drück mal drauf. Ähm... Drück. Das war nix. So. Drückt. Nix passiert. Da passiert bestimmt gleich was. Oh. Hallöchen. Ich komm von oben. Moin. Und wieder runter. Knopf drücken. Und wieder runter. Knopf. Ja. Nach unten einmal, bitte. Nach unten. Äh... Der ist wirklich nicht so die Beste, oder? Touch. Ja, ist ja nur aufgemalt. Ist ja nur aufgemalt, Moin. Ich guck mal, was passiert, wenn ich hier sowas mache. Viel Spaß. Au. Au. Hilfe. Ich hab's losgemacht. Das sieht nicht angenehm aus. Nein. Ich hänge. Du wachst. Möglicherweise. Okay. Ähm... Ich geh da mal weiter. Ich kann den Affarsch dir wieder hochschicken. Vielleicht hilft dir das weiter. Was ist das? Was ist das tun? Vielleicht hilft dir das weiter. Ich hoffe mal. Ah, ja. Perfekt. Sehr gut. Oh nein. Ah. Hilft es? Ja, ich bin wieder da. Okay. Ich hab hier eine geheime Höhle entdeckt. Okay, dann geh mal in die geheime Höhle. Ich schicke... Mehr oder weniger geheim. Mehr oder weniger geheim. So geheim kann es nicht sein, wenn es ein Licht hat, oder? Jura. Ich geh mal davon aus, dass das ziemlich ungeheim ist. Oh, okay. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Hi, Maudi. Hallo. Ich wink dir zu. Hier kann man rüberlaufen. Wenn du nach links gehst, beziehungsweise von dir aus nach rechts. Ja, ich warte hier und bring dann dich und das Kabel zurück. Das liegt unten. Hier muss ich reinsteigen, oder was? Äh, noch nicht. Geh mal hinter dich. Hinter mir ist nichts. Äh. Okay, doch hier ins Licht. Ein Kabel. Ich hab ein braunes Kabel gefunden. Okay, dann bring das grüne Teil mal rüber. Jep. Beziehungsweise du musst das ins Boot packen. Wie soll das funktionieren? Oh nein, verdammt. Ich komm mal hier. Okay. Das braune Kabel hier mal rüberbringen. Ja, jetzt sind wir halt beide relativ... Relativ. Nein, ich mach mich nicht über Farbblendheit lustig. Doch. Doch, das mach ich. Doch, das mach ich. Nein. Doch, doch, das mach ich. Es gibt bestimmt nur wieder Shitstorms auf Twitter oder so. Was? Über uns? Shitstorms? Das wär ja mal was Tolles. Es gab schon Shitstorms gegen Privatpersonen, also von daher. Also, ich spiel ja ständig drauf an, also ganz ehrlich, ich versuch ja immer irgendwas Böses zu sagen, damit mal irgendwie eine Shitstorm kommt, also das, ich meine, das wär ja ziemlich positiv für mich. Ich meine, das wird ja mal vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit bringen. Ich meine, negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit mit meinen 200 Abos. Also, ich hab das, ich hab das rote, das rot-braune Kabel hier mal reingelegt. Okay, ich hab die erste Stromleitungs-Dings-Batterie-Teil. Kommt grad hoch. Ich versteh das noch nicht so ganz. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, das wär ja richtig, das wär ja ziemlich positiv. Wenn's ein Shitstorm auf uns gäbe, das ist ja, das ist, das würde ja, das würde ja Klicks und, und Seitenaufrufe geben, wie, wie nie zuvor. Oh, also ich hatte schon einen. Das wär ja, das wär ja für unsere Kanäle, das wär... Wie gesagt, ich hatte schon einen. Hattest du schon einen? Waren's, waren zwar nur Bots, aber, hey. Naja, die Bots, das ist ja, das ist ja dann auch nicht das. Wache sollten ja dann auch die... Sollte ja natürlich Shitstorm dann von echten Leuten sein. Hm. Wobei, wenn man so will, ich hatte zwei Stück von... Zwei Personen, einer davon war ein erwachsener Typ, der sich benommen hat wie ein Kleinkind in dem... Das, Modi, das ist kein Shitstorm. Ein Shitstorm sind für mehrere Leute. Wenn er seine damals 3000 Abonnenten, die allesamt irgendwie so 5 bis 10 waren... Hat er sich, hat er sich groß gefühlt, hat er sich als großer YouTuber gefühlt, mit seinen 3000 Abonnenten. Und das zweite war irgend so ein 13-Jähriger, der sich gefühlt 10.000 Fake-Accounts gemacht hat. Ja, das war lustig. Hat sich groß gefühlt mit seinen 3000 oder was. Hm. Ja, ich sag nur, ich sag nur, der YouTuber Maudado, der hat letztens seine... Sein 1.000.000 Abonnenten gefährt und ich hab's ihm nicht in die Kommentare geschrieben, aber es ist ja so. Eine Million ist momentan, ist heute auf YouTube nichts mehr. Also jeder kriegt eine Million, also jeder YouTuber, jedes kleines Kitty, was auf YouTube anfängt, kann über Nacht eine Million kriegen. Ja, jedes kleines Kind, das auf YouTube anfängt, hat schon mehr, wo nicht, als wir zusammen am ersten Tag. Warum das mit unseren Kanälen nicht läuft, das ist eine andere Sache, aber... Weil wir uns nichts kaufen. Tja. Ja, aber immerhin, also ich hab jetzt aktuell heute, den Samstag, den 14. September, hab ich meinen 202. Abonnenten gekriegt. Das ist... Ja, das ändert sich bei mir sowieso jedes Mal wieder. Mal sind's 202, mal sind's wieder 201. Zwischendurch waren's auch wieder 199. Das... Also ich hatte, glaub ich, schon siebenmal oder so die 100 und bin dann immer wieder auf 98 zurück. Man rutscht immer wieder zurück. Aber darum geht's ja nicht, das ist... Also wenn's... Hey, ich kann's immerhin auf die Inaktivität schieben, okay? Also ich meine, wenn ich... Ich meine, wenn ich... Wenn ich immer auf meine Aufrufzahlen und auf meine... Abozahlen gucken würde... Ich mach das jetzt seit fast vier Jahren. Hm. Hm. Ja. Und wenn ich auf... Jede... Jede Klickzahl gucken würde... Müsste ich ja wahnsinnig werden. Wenn mir das was ausmachen würde... Äh... Wir bräuchten einen Fahrstuhl. Der Fahrstuhl kommt. Ist ja gut. Ich hab ein Ding ans... Ach, das ist eins von... Das sind diese Stromdinger. Ja, hab ich doch gesagt, diese Stromleitungs-Batterie-Dinger. Alles klar, diese Blitzableiter. Blitzableiter ist gut. Ich glaub, das nennen wir. Das ist ja so... Das sind jetzt die Blitze, die dort in den... Wie bei Frankensteinen heißt diese... Oh nein. Du musst das Kabel festhalten. Ja, das will ich gerade. Sonst wird's rausgesaugt wie ein Spaghetti. Pass auf, dass du nicht mit rausgesaugt wirst. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt wieder kriegen. Ähm, hier ist ne Tür. Und wir haben ein festhängendes Kabel. Da zieh. Zieh so doll du kannst. Das wird nichts. Ich muss den Fahrstuhl hier unterschicken. Ich hab das mit dem Leiter links hier hochgebracht. Ähm... Ich glaub, wir müssen die Tür dort aufmachen. Hm. Hey, jup. Ich bin an der Tür. Ich versuch's immer aufzumachen. Ha! Ich falle. Äh, ich bin am Fahrstuhl. Okay. Tagchen. Willkommen zurück. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fahrstuhlfahrrad mit Poff... Äh, Quatsch mit... Ich verwechsel eure Namen immer noch. Mit Moli und Polizienkürst. Ja, ich kann mir Namen einfach nicht merken. Das ist bei mir ein generelles Problem. So. Öffnet die Tür. Hoch mit dir. Hoch. Bringt das irgendwas, wenn wir diese Tür öffnen? Äh, ich glaub nicht. Ne, da können wir zurück. Das geht nur zurück. Das bringt absolut gar nix. Ja, wir müssen ja... Natürlich bringt die was. Wir müssen ja die Dinger zurückbringen. Ah, sehr gut. Die Tür ist offen. Dann kommen wir damit jetzt zurück. Ich bringe das Ding zurück. Ich bringe das Ding zurück. Das Ding Spumms. Jo, nichts damit runterfallen. Na und wenn. Die werden eh unten beim Frank gespawnt. Was? Da, 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 da. No. Fast. Fast. Okay. Das Ende. Und sie haben noch Probleme? Hast du mich gerade gesitzt, oder was? Äh, ja, passt doch. Das passt, das passt. Super. Und jetzt Giovanni Mamo hier runter. Okay. Dann steig schon mal auf das Vieh. Ich wollte das Ding anmachen. Wie sollte ich auf das Vieh steigen? Mach's einfach mal. Das gibt doch die gleichen... Und festhalten. Festhalten. Oha. Ich halte mich fest. Und der Dings ist nicht eingesprungen. Super. An Frankenstein festhalten? Ja. Komm schon. Hand. Ich bin zu schwach für den Hebel. Soll ich das machen? Nein. Das gibt's doch nicht. Also ich hänge hier verkehrt rum am Frankenstein. Hä? Hilfe. Ich hänge hier auf der falschen Seite fest. Das gibt's doch nicht. Wieso? Moddy macht den Hebel noch nicht. Ich hänge hier fest. Ich packe hier zwischendurch. Wie auch nicht? Der geht. Vielleicht weil ein Kabel rausgegangen ist. Vielleicht ist das der Grund. Der halte ich einfach mal fest. Ich versuch's ja. Es ist... Jetzt kann ich den Hebel einspringen lassen. Mach's nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Ich bin... Ich warte zu sehr rum. Einfach irgendwo festhalten. Ich versuch's ja die ganze Zeit. Nimm einfach seinen Fuß. Fast nicht. Ja, okay. Okay. Das gibt's doch nicht. Ah. Oh, was ist denn? Hilfe. Ich hab das Kabel rausgerissen. Ja, wir fliegen durch die Welt. Ja, du müsstest jetzt noch schief mitkriegen. Äh. Welches? Irgendwas mit Fly to the Moon oder so. Äh, ja. Bei mir ist doch ganz kurz mal was gekommen. Und rein da. Hui, wir fallen. Das erste Mal zusammen beendet. Jahu. Errungenschaft freigeschalten. Es lebt. Es lebt. Ah. Oh, und da haben wir das Team Level. Das machen wir dann im nächsten Part, in der nächsten Aufnahme. Ja. Da mich noch umsetzt euch gefallen haben, lasst ein Abo da. Schaut bei Modi vorbei. Wir sehen uns dann hoffentlich mit mehr Leuten in der nächsten Aufnahme wieder. mit Taktier und mit Nenein und vielleicht mit dem Prof im nächsten Part wieder. Wir werden sehen, wenn's der Verkehr zulässt. Ja. Na dann, haut da ranne. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.